hallo und herzlich willkommen zurück zu world of warcraft wir spielen hier bei der wv tja warum werden hier keine sachen angezeigt auf der seite das finde ich gemein danke zack immer erst mal zu messen very machen wir erst mal die perlen machen wir dann irgendwann mal vorringen des blutes in der prüfung ist das darin des blutes ist woanders woanders der ist glaube ich der ring des blutes müsste hier sein hier tigerlilien wo waren noch mal die tigerlilien fragen über fragen kann sie nicht beantworten sagen wir für jahre koha federn habe ich wieder ich habe nicht beim verkaufen kann das sein die können wir jetzt auf jeden fall auch verticken die die ist hier nicht hier müsste eigentlich hallo helmet hier müsste eigentlich ein händler sein da ich habe nicht ewig zeit nun tote ja eine und lode da dann immer den ganzen rot das inventar wieder leere zack dankeschön was kann ich für euch tun mögen eure reisen sicher sein bleibt auf dem buch die hilfe der schlicht segne euch friede sei mit euch ich habe jetzt gerade äh shadow fritz fernreise habe ich gerade gelesen der fritz das fritzchen so und dann machen wir für hamlet mal ein paar tierchentod zack wie sich's gehört natürlich nicht wir nehmen erstmal alle quests an wir nehmen erstmal alle quests hier an zack und also hier die mach ich schon mal und gehen dann hier einmal so im kreis wir werden jetzt hier immer so ein bisschen im kreis rum gehen ja einfach nur weil und deshalb hallo elek kleiner kleiner elek ich bin außer reichweite bums bums da oh ich erinnere mich hier unten ans tauchen oh gott hier sind wasser elementare so thron der elemente guten tag das haben wir den irdänen ring seid gegrüßt lebt wohl so licht nicht vergessen licht tschüss tschüss Reden wir mit dem hier. Haben wir schon zwei Quests. Drei Quests. So. Dann machen wir hier. Zack, 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 zack. Dann gehen wir hier hin. Äh... Genau, ich glaube, so machen wir das jetzt. So, check, 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 check. Zack, 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 zack. Und dann alles, was halt neu kommt. Äh... Was brauche ich jetzt? Die Dinger hier, gell? Den Dung. Euch brauche ich nicht töten. Den Dung brauche ich. Karakolibohnen. Gibt's Kaffee. Musste man doch auch mal 30 Stück einsammeln von diesen Dingen. Und man musste auch überall 30 Tierchen töten und nicht nur eine Handvoll. So. Dann haben sie auf jeden Fall alles schön verkürzt. Das gefällt mir. Zack. Ich fahr' mich jetzt grad, ja? Den Nessingquery. Ich spiel' jetzt kein Jäger. Aber nee, es gibt... Doch, es gibt den Nessingquery. Gibt's den Hochberg. In Hochberg. Aber gibt's den auch auf Drenor? Gibt's den auch auf Drenor? Das ist jetzt so die Frage, die ich mir stelle. Warum sind hier die Typen schon tot? Das gefällt mir nicht. Hier gibt's jede Menge... Also... Die Uga, die werden auch öfters von hochstufigen Charakteren eliminiert. für die Perlen hätten. Die da. Die heben wir uns auch auf. Und die werden wir uns... auch wirklich aufheben. Sack. Nämlich heben wir die und die werfen wir dann mal in die Bank. Denn irgendwann... Ich muss näher hin. ... werde ich ja mit ihm hier auch andere Sachen machen. Und da ist es immer gut, den da zu haben. Und hier hat man die Arena-Quest, ja? Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Können wir dann auch mal machen. So. Ich bin mit meiner Berufswahl momentan noch einmal hadern, ja? Mit dem... blöden Zeug, dass ich hier 300 Gold Ritsch das gefällt mir. Wie ich halt nur auf die Idee gekommen bin, in Alchemie zu machen. Das verstehe ich nicht. Das hat mich stark geritten. Dass Alchemie ein guter Beruf war. Waren wir hier schon? Ich meine, Alchemie kann man immer brauchen, ja? Aber das ist jetzt nicht wirklich irgendwie was... was... hier noch, oder? So, haben wir die hier fertig. Dann holen wir uns die Vorratkisten. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die Quest werden wir alleine nicht hinbekommen. Oder auf jeden Fall nicht sehr weit kommen. Alleine. Ja, obwohl... wir könnten es schon schaffen. Also, das ist jetzt nicht so das Problemchen, sage ich jetzt mal. Was wir auch mal machen könnten, ist jetzt unbedingt mal die Elixiere herstellen. Dass wir uns mal hochbuffen können. Das wäre mal was. Dann könnten wir auch die Dinger machen. Die Quests. So. Genau. Also, wir werden hier die Obsidian-Perlen machen wir dann später. Dann gehen wir hier. Zack, 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 zack. Und so machen wir das. Denn... Na, komm. Zack, zack, zack. Hier gibt es auch Perlen. Ich glaube, hier ist ein Kistchen. Da brauchen wir zehn Stück. Zack. Und so Kistchen brauchen wir. Wir müssen dann, glaube ich, sogar noch mal hoch und die Gefangenen befreien. Es gibt hier ganz viel zu erledigen für uns. So. Wieder ein Kistchen. Ich muss näher ran. Äh, eine Perle meine ich natürlich. Kein Kistchen. Und fünf Liter Stoff. Das ist mein Liter Stoff. Das freut mich gerade am meisten. Der gesamte Liter Stoff hier. Der ist ja nichts mehr wert. Also... Also... 33 Silber, ja? Da mache ich mir da lieber Verbände draus und verkaufe die so. Weil da ist ein Verband sind 30 Silber wert. und... Ähm... Was wollte ich sagen? Wir haben die Einstellungsgebühr. Das wäre dann ein Gewinn, sage ich jetzt mal, oder ein Unterschied von zwei Silber pro Stück. Und... Da mache ich mir jetzt nicht den Aufwand. Da wäre ich zu faul. Das letzte Kistchen. Na, komm. War ein bisschen schneller da oben. Da. Wir werden es brandmal. So, dann gehen wir hier hin. Ups. Dann haben wir schon wieder eine Menge Quests zum Abgeben. Weißt du? Aber, ach so. Der meistert jetzt ja immer. Ah ja. Den gibt es ja auch noch. Den gibt es ja auch noch. Was ist mit dir? Steckst du dir so blöd in der Erde? So, das ist jetzt der Typ mit dem Netadrachen, glaube ich. Jawohl. Der eine Dämonjäger. Zack. Alles klar. Die Quest, die können wir dann auch machen. Machen wir erstmal an die und die. Ähm, die Quest da. Das ist jetzt so eine Flieger-Quest. Die werden wir dann vielleicht starten. Instaboot. Ach so. So. Wie viel muss ich ihn da töten? Ich bin außer Reichweite. Zack. Zack. Das war alles gut. Das hat mir gefallen. Wie Strauchdiebe. Okay. Dann ist die Quest fertig. Auch schön. Und hebs. Wackel des flüssigen Feuers. Ich dachte mir schon, hm, was stimmt da nicht? Irgendwas stimmt da nicht. Hier ist ein Crocodog. Ich glaube, der sucht auch nach dem Crocodog. So ein Rahmen ob Krokodil ist hier unten. Den haben wir Gott sei Dank schon. Also den müssen wir jetzt nicht unbedingt töten. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Doch. Kannst du. Zack. Dann zum nächsten. Wie viel braucht man da? Zehn. Aber wieder ewig. dauert ihr wieder ewig. So. Was willst du denn? Hau ab. Freak. So. Dann brauchen wir hier noch die ist noch nicht bereit. Ich habe mich darauf geachtet. Sieben. acht haben wir schon. Lädt immer noch auf. So. Den letzten machen wir hier noch. Den müssten wir noch hinbekommen. Und dann tauchen wir gleich mal auf. ist noch nicht bereit. Ah. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Haut rein. sehen wir Hahnen. Jahrhtil.